3.366 Euro Gewinn bei Weißwürstel-Fußball-Wette Autor De Selza Mackenzie-YouTube Es hat wie prognostiziert wunderbar geklappt mit dieser sogenannten Weißwürstel-Wette, nämlich der Kombi-Wette zwischen den Teams Bayern Münchens Heidenheim, Manchester Citys Wohlverhampton Weil eigentlich schon klar war, dass weder Bayern München noch Manchester City dieses Mal gewinnen könnten, sondern höchstens unentschieden spielen würden Es mussten insgesamt 50 Zweier-Kombi-Wetten wie folgt gemacht werden Bayern Münchens Hoffenheim 1-2-2-0-2-2-1-2-1-2-2-1-1-2-2-2-2-2-2-0-2-2-1-0-1-0-0-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1 0 0 2 1 2 2 0 2 2 1 1 2 2 0 2 2 2 2 2 Und die Quoten waren Bayern Münchens Hoffenheim 1,10-2010-2000-22-2000 Manchester City Wohlverampton 1,11-8,00-17-2000 Und beide Heimteams haben verloren, weshalb die Gewinnkombi 2 plus 2 war Unter den 50 Einzelkombi-Wetten waren die 8 Wette, die 15 Wette, die 22 Wette, die 35 Wette, die 40 Wette, die 412 Wette, die 45 Wette, die 47 Wette und die 49 Wette richtig Die Quote, war 22 mal 17 gleich 374 Euro mal 9 gleich Euro 3366 Gewinn Es war vorher schon klar, dass beide Heimteams diesmal nicht gewinnen konnten Beide Teams haben verloren und deshalb hatte so hohe Quoten gegeben Das Team der Mannschaften von Bayern München und Hoffenheim war übrigens am Samstag im Käferbierzelt auf dem Oktoberfest in München Ich habe mit einigen Spielern sprechen können und denen gratuliert Beide Teams bzw. deren Spieler feierten dort auf dem Oktoberfest ihre Heimniederlage bzw. ihren Auswärtssieg Man konnte mit den Spielern leider nicht so lange reden, da es einen ziemlichen Ansturm von Münchner Frauen dort gegeben hat, die sich alle einen Spieler gerne angeln wollten Nichtsdestotrotz die Wette, die 50 Einzeleinsätze gefordert hat, hat einen Gewinn von 3366 Euro gebracht So muss gewettet werden, auch mit Dublette, weil es dann immer das Mehrfache der Quoten gibt Auch ... Tön .... ... ... ... ... ...